Thorsten und Maximus Maximus fährt eigentlich schon etwas aggressiver aber trotzdem fair Da ist er ja sogar da, da fahr ich auf einmal ins Geige Dzdw fängt das schon wieder an Ich hab da erst Zeile freigeschaltet, das verstehe ich da. Reisnet macht mich schwach, muss ich sagen. Du, meint immer auf, ich würd' dich gern auf die Freundesliste setzen, ist das okay? Ja, ich bin grad erst gekommen. Ja, ich muss dich nicht ausmachen, das ich mir überhaupt verstehe. Ich bin auch draußen. Ja, ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Schauen wir mal, wieviel Bergaufbremser es da gibt. Ja, das geht auch wieder. Da müssen wir jetzt mal wieder aus, Alter. Oh, jetzt geht es nicht. Ich hätte da eine aus dem Treppenhof, aber... Das hört sich bei mir auf, Alter. Sorry. Was ist denn da sonst noch oben? Geht gar nicht. Was ist denn los? Ja. Nein. Oh mein, das ist ja so, ich weiß nicht, dass ich meine Plätze. Das war nicht so. Das ist nicht mein Fehler. Mir ist irgendeiner reingerauscht und dann bin ich dadurch jemand anderem. Das tut mir echt leid. Gut, stopp! Oh nein! Das war das so gut. Das ist ja ein zu oft so oben da. Ich bin ja auch hingekommen. Ich bin ja auch ein Korb und ich bin wirklich so schön. Ich bin ja auch ein Korb, das ist ja ein Korb. Das ist ja ganz schön. Das war ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht mal warm. Aber das ist ein Dengel. Ja, das ist aber keine Bisschenfrieden, die ich schon das öfteren gefahren bin. Ich bin gestern das Auto zum ersten Mal gefahren. Ich hab eigentlich gedacht, wir fahren Muzzle-Cars. Das hätt ich auch gern mal probiert. Muzzle-Cars? Man braucht jeden Fall nicht Zeit. Der Box braucht einen Bromstück von 300m. Der Box braucht einen Bromstück. Ja, aber wenn wir erst mal auf 120 sind, ist das nicht mehr. Ja, ich glaub mehr wie 350 bringt der, glaub ich nicht. Ich glaub, das war schon Papier. Ich bin ja auf 312 maximal. Oh, naja. Kann doch klar sein. Blitz, wie hast denn du Windschatten, wenn du vorne fährst? 310. 312. Jetzt muss ich mal rein. 312. Jetzt muss ich mal rein. Jetzt muss ich mal rein. 312. Was ist denn? Ähm. Ja, Willen, Ted Kürt. Voll ab und krieg keine Strafe. Wie hast du die Zeit gemacht? Du warst doch vor allem da. Ja, ich hab mich eh mal reingedrückt. Da bist du ja auch schon wieder. Nee. Ja, ich war da Max. Das ist nicht das Zippo, der interview ist. Ja, Zippo. Der kürtzt voll die Strecke ab. Kürtzt, hab du das gesagt? Hab ich doch gesagt, hab ich eingedrückt, dann bin ich stehen geblieben, dann ist er durch. Und dann hast du gesagt, der hat Max siegen andersrum. Und dann hab ich mich wieder auf der Spur immer. Ich bin das halt bloß nicht gewohnt, bei dem Bock ist das halt so soweit der Yasin, du drückst er nicht so weit nach draußen. Guck dir das an. Anderthalb Sekunden schneller. Ja. Weil der abkürtzt. Der fährt... Ey, das ist so zu... Also ein Ziel schaff ich nicht mehr. Da soll ich mir denken und so rum, ist ganz okay. Was willst du denn sagen, dass er bescheißt? Ne, 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 im Moment, wenn er die Curbs richtig ausnutzt, ne, dann kann er mit einer höheren Geschwindigkeit durch die Kurven fahren, das kannst du ihm nicht vorwerfen. Nein, er fährt außerhalb der Kurve. Er rutscht über die Kurve. Ja, und wenn du jetzt die lange von der Rouge hochfährst, die Links-Rechts-Kombination bergrunter und dann die lange Doppel-Links-Kurve meinst, da kannst du doch drüberfahren, kann jeder rüberfahren. Also, sie hat mir auch grad geschrieben, dass sie trotzdem Strafen gekriegt hat. Naja, ich find's sinnlos. Nicht in der Runde, ich weiß es nicht. Boah, noch drei. Puh! Ich weiss, dass der Honda sich nicht schlecht fahren lassen gibt. Den bin ich da, wo ich...